ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich wollte dich nicht mit meinem Tomahawk abschmeißen. Ich weiß, ich hab ihm gedacht, scheiße, will der aufwerfen. Ich hab keinen Panik gehabt. Das ist schon echt ein Klotz. Damit kann ich dich ja nicht abschmeißen, das brechst du. Live on NBC. Okay, muskulöser Mann auf 8 Uhr gesichtet. Moment, äh, hier. Weißt du, in der Disco, der Ersatz von dem Rübel ist so geil. Weißt du, bist in der Disco und wenn du einer fragt, zeig mal deine Muskeln, zeigst deinem Bizeps ja normalerweise. Wäre natürlich lässig, wenn deine Hose roter ist, dein Penis zeigst. Andi ging jetzt. Gegner? Ja. Friendly Feuer immer. Bunga ist blau, sehr gut. Bunga ist rot, hinter dir, hinter dir, hinter dir, Andi. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, der Bunga ist rot. Komm schon. Ja. Ja, hier sind die Tiere. Wir sind f***ige Diener. Ich bin ein Zer. 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 Oh, sorry. Alles gut. HITT HITT NOIN. Scheiße! Das wär's jetzt gewesen. Hier um die Ecke. Nein, nix. Hast du ihn? Hast du die Ecke nicht gezogen? Ich weiß, wer da ist, hallo! Hab ich den? Also, ich hab nur hinten gehört. Hattest du mich? Weil ich hab nicht gefühlt. Nee, ich hatte ihn, ich hatte ihn, ich hatte ihn. Okay. Hit, 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 hit! Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Bleib drin, bleib drin. Ich glaube nicht. Das war'ssatz! Ach, ach, ach! ich hatte ja eine beste baby ja unten und links von mir aus kein thema kein thema ja alles was du sie genau genau ich gehe um die ecke und da mache ich alle platt ok los ja ich dachte ich ich dachte ich hätte sogar richtig panik scheiße nicht schießen Hält mal hin! Du bist leer! Hab dich im Arm! Hält! 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 Witziges Wissen! Nee! Ich hab hier diese Folie hier drin, ne? Ich hab ganz sehr gedacht, warum schlägt die Scheiße denn? Die ist von beiden Seiten beklebt. Hä? Ich hab hier diese Folie. Die ist von vorne an der Klebeseite beklebt und auf der anderen Seite auch nochmal als Schutz. Ah, du hast vergessen den Schutz abzuziehen? Ja. Läuft bei dir. Oh Gott, bin ich scheiße. Du hast nur noch ein Herz von drei. Du bist kurz vom Tode. Nein! Du musst dir direkt auf den Brot eins oder so. Genau, soll ich den Brot bringen. Ah, ich hatte dich, Mann! Nein, ich hab dich hier am Sack gewischt. Ah, der schießt mir auf den Sack. Ah, du! Ah, du! Ah, du! Ah! 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 Bang! Bang, 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 bang! Halt! Halt! Wieso denkst du, steh ich hier so blöd? Ja, bist du Halt? Ja, ich will ja nicht durch, weil da... Dann sag das doch! Ich dachte, du wärst im Spiel! Ich dachte auch, tschüss. Ja, du stehst da mit Waffe gesenkt ganz locker, musst die Hand heben. Boah! Eieiei! Einmal mit Profis arbeiten. Du bist leer! Nein! Aber kam nichts raus. Ja, genau. Maschinenmobel bilden. Danke, Mall. Musik